hallo 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 ein neuer sportvlog ich bin heute wieder am laufen auf meiner heimstrecke diesmal schön durch den taunus und wir gucken wie weit ich heute komme ich fühle mich gut das heißt ich habe viel vor guck mal nach dem intro wie es weitergeht bis dann gerade erst ist das intro vorbei aber ich bin schon bei zehn kilometer vor lauter lauferei und musik habe ich vergessen zu sprechen was ja auch mal ganz gutes ich bin schon bei zehn kilometer angekommen und lauf noch mal aus ordentlichem weg heute bin mal gespannt wie weit ich komme weil ich konnte meine meine tapeverbände von den knien konnte ich nicht behalten die sind abgegangen hier warte mal sieht man das egal wurscht ich will jetzt nicht anhalten dann komme ich aus dem tritt ja ich musste die tapes abmachen weil die nicht richtig geklebt haben so eine scheiße dabei habe ich mir sogar die knie rasiert damit zu halten war wohl nichts ich lauf mal weiter und gucke wie weit es geht bis gleich mittlerweile bin ich bei 15 kilometer angekommen läuft heute richtig gut die knie halten es bis jetzt auch noch aus 15 kilometer ist für mich super vor allem weil ich noch lange nicht fertig bin heute geht was heute geht richtig was glaube ich jedenfalls im moment stand jetzt wie man merkt es ist schon ganz schön dunkel und ich habe verdammte scheiße einen rekord gebrochen ich habe 21 kilometer jetzt gerade hinter mir so viel bin ich noch nie in meinem leben gelaufen absoluter rekord voll geil echt ich bin jetzt zweieinhalb stunden unterwegs stetig am laufen ohne pause weltklasse für mich weltklasse in meiner kleinen welt super da hinten ist gerade ein baum runter gekommen komisch naja ja aus freude hat der baum gerade die biege gemacht ja saugeil 21 kilometer ich finde es super und ich laufe weiter wie ihr seht ich laufe weiter bis ich zu hause bin sind es 22 kilometer und dann habe ich echt mit jedem einzelnen schritt den ich jetzt mache breche ich meinen neuen rekord und jetzt schon wieder und jetzt schon wieder und jetzt schon wieder wie geil ist es denn noch nie im leben bin ich so weit gelaufen am stück weltklasse ich finde es voll geil ich finde es gerade so geil super und jetzt schon scheiß dunkel ne macht aber nichts ich bin ja bald da das gleiche ich melde mich von zu hause wow da bin ich wieder daheim 22 kilometer bin ich gelaufen weltrekord in eine stunde 58 ich muss jetzt in die eistonne cheerio mi sophie sport machen runter von der couch